Oh, da öffnet aber der Andi Disse ganz schön die Linie. Da muss ja auch die Arscher dran vorbei fahren. Jetzt hat er ihn überholt. Wenn die übersprachen, da ist der Andi nach außen gerutscht. Da kann er noch sehr viel verlieren. Wir wollen mal sehen, wie es weitergeht. Olli fährt immer auch weg. Der Olli-Arsch mit seinem 3er BMW denkt daran, das ist seine erste Saison hier in der IDC. Gibt ja gar nicht Hilfe. Jawohl. Damit gibt er dein Ergebnis. Ein erstklassiges Überholmanöver. Olli-Arsch 10 Punkte.